Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Heute möchte ich die folgende Frage beantworten. Wie kann ich die nächste Stufe in meinem Marketingplan erreichen? Warum möchte ich die Frage beantworten? Ganz einfach, sie wird oft gestellt und ich stolper sehr, sehr häufig drüber. Und dazu kann ich dir einfach nur vier kurze Quick-Tipps geben. Zum Ersten werde dir klar darüber, warum du überhaupt, ich sag mal, die nächste Stufe im Marketingplan erreichen willst. Weil oft versteckt sich hinter dem Wunsch meistens ganz was anderes. Es geht eigentlich gar nicht darum, die nächste Karrierestufe, die nächste Stufe im Marketingplan zu erreichen, sondern es geht einfach mehr darum, was sich bei einem selbst verändert. Wenn man zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Teampartnern hat, wenn man eine gewisse Anzahl an Umsatz erreicht, wie ist dann der Lifestyle, das Leben, was sich dann dadurch führen kann. Wenn ich zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Teampartnern habe, dann habe ich ein konstanteres Einkommen. Ich habe vielleicht mehr Zeit für die Dinge, die mir sonst noch wichtig sind. Bei jedem kann das unterschiedlich sein. Beim einen sind es, wie gesagt, die gewisse Anzahl an Teampartnern. Beim anderen geht es halt um den Umsatz oder um mehr Zeit. Bei manchen geht es auch um mehr Geld oder einfach darum, mehr Freiheit zu haben. Und für andere ist es halt ein super Treibstoff, das Thema Anerkennung. Aber es ist auch völlig egal, was es letzten Endes ist. Du musst es einfach für dich klar darüber werden. Du musst es für dich bewusst machen, weil das ist dein Antrieb, deine wahre Motivation. Das ist der Treibstoff, der dich eigentlich morgens aus dem Bett springen lässt und an der Verwirklichung des Ziels dann eben entsprechend arbeiten lässt. Und dann solltest du das Ganze für dich täglich visualisieren. Schau dir das Ziel vor deiner geistigen Leinwand an, so wie wenn es bereits erreicht wäre. Nimm dir täglich die Zeit, das gewünschte Ergebnis dementsprechend vorzustellen. Du kannst es morgens nach dem Aufstehen machen, dann in den kleinen Pausen einfach mal immer wieder so dran denken und es so reinspüren, wie es denn wäre, wenn du es bereits erreicht hättest. Und dann nochmal vorm Schlafen gehen. Der dritte Tipp, den ich dir dann halt eben noch geben kann, ist einfach mach Betrieb. Komm einfach ins Tun. Nur von da sitzen, das Ganze visualisieren und wissen, warum du das Ganze machst, da bewegt sich noch gar nichts. Du musst, überleg dir, was musst du täglich tun, um das Ziel zu erreichen. Mach dir so einen kleinen Plan. Wie viele Leute musst du täglich kontaktieren? Ja, weil oft höre ich dann auch immer, naja, das ist nicht so meins, ja, so täglich so 20 Leute ansprechen und gedöns, ja. Ja, aber das ist letzten Endes der Punkt, wenn du deinen nächsten Schritt machen willst, dann musst du mit einer gewissen Anzahl von Menschen sprechen. Du musst eine gewisse Anzahl, ja, von bestimmten Aktivitäten tun. Sei es Anrufe oder, dass du dir, wenn du bereits einen automatisierten Prozess hast, dass du dir überlegst, okay, wie kriege ich anstatt jetzt 5 Leute am Tag vielleicht 10 oder 20 Leute in diesen Prozess, ja. Vielleicht, wie generiere ich anstatt 5 Leads am Tag 20 Leads am Tag, ja. Da musst du einfach ins Handeln kommen und musst dir überlegen, okay, welche Dinge muss ich denn tun, damit ich überhaupt, ja, meine nächste, die nächste Stufe im Marketingplan erreichen kann, ja. Ja, wie viele Leute muss ich kontaktieren, wie viele Leute müssen wir im Team kontaktieren, ja. Und daraus dann dementsprechend einen Actionplan erstellen und dann eben diese Steps auch gehen. Und dann einen gewaltigen Tipp, den ich dir einfach noch mitgeben kann, ist, lass dir helfen, ja. Nimm dir einen Coach. Du musst nicht alles alleine tun, du musst nicht alles alleine wissen, ja. Ja, gemeinsam ist einfach vieles leichter und wenn du jetzt keinen Coach in dem Sinne hast, dann reicht es auch schon mal aus, wenn du dir, wenn du dich, ja, mit Menschen zusammenschließt, in der Art Mastermind, ja, wo du, wo ihr, wo einfach Gleichgesinnte ein ähnliches oder ein gleiches Ziel haben. So könnt ihr voneinander lernen, euch gegenseitig unterstützen, euch gegenseitig motivieren und, ja, und gemeinsam vorangehen und gemeinsam wachsen. Ich wünsche dir, ja, viel Spaß, ja, bei der Umsetzung. Ich wünsche dir viel Erfolg, wenn das Ganze für dich hilfreich war, ja, dann teile das Ganze bitte mit deinem Netzwerk. Weitere Tipps bekommst du, ja, wenn du dich in meinen Newsletter einträgst. Dazu geh einfach auf www.olivashirma.de oder besuch eines meiner Webinare. Connecte dich mit mir, ja, auf den anderen sozialen Netzwerken oder schreib mir einfach über meine Webseite eine Nachricht. Ich freue mich, von dir zu hören und mit dir in den Austausch zu gehen. Wenn du Fragen hast, ja, schreib sie in die Kommentarfunktion oder schreib mir einfach, ja, wie gesagt, über, ja, über meine Webseite. In diesem Sinne, move forward. Ich wünsche dir alles Gute, maximalen Erfolg, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.